Ich bin Manuel Hartner und arbeite im Bereich Offsite Services und bin zuständig für Temperaturkalibrierung. Wir kalibrieren hier hauptsächlich mit den Kalibrierbädern und mit den Blockkalibratoren. Die Holaköle gehört auch das Eiswasser dazu. Die Kalibrierungen von verschiedenen Geräten und Kundenanforderungen erfordern sehr genaues Arbeiten und vor allem, dass man den Überblick nicht verliert. Die selbstständige und flexible Arbeitsweise in der Elpro ermöglicht mir eine gesunde Work-Life-Balance. Das kollegiale Umfeld der Elpro schätze ich sehr und ich freue mich auf weitere spannende Zeiten. Alles klar, wieder auf Wiedersehen und?. Ich bin die